Sende biçim konuşuyun hoca Ben annemiz gecek halde konuşuyum hoca Yapıştırırım valla Abone görüün mü abone Uriyeyim mu da? Puh ananavradınız sikiiimin narvonu aze bozut bi amini damını siktimine oğlu bile Was geht youtube ich bin ZRJMTV Leute erstmal ich bin richtig richtig glücklich und richtig stolz dieses Video zu machen Die Leute die in der Telegram Gruppe bei mir sind wissen schon als erstes Bescheid Warum? Weil alle Leute die in unserer Telegram Gruppe sind ist sowas wie eine WhatsApp Gruppe Nur dass wir euch die Information da geben können und wir werden auch bald eine Gruppe machen wo wir schreiben können Das heißt ihr könnt mit mir schreiben mein Vater wird auch in diese Gruppe kommen Ihr könnt mit meinem Vater schreiben das wird richtig krass Und ihr kriegt alle Informationen als erstes Also ich zeige euch die Chance wie ihr Geld verdienen könnt Wer will nicht Geld verdienen? Jeder will Geld verdienen Mehr dazu sagt euch mein Brudi Auseinandernehmen Bruder grüße ich jedes mal auseinander wenn du auf mich springst Ich werde euch in meinem Video erklären wie ihr Geld verdienen könnt Jeder der mir auf Instagram auf jeden Fall folgt hat es gesehen dass ich in 2 Wochen jeden Tag mehrere tausend Euro gemacht habe Das habe ich allen gezeigt Mit 10 Euro hatte ich damals angefangen mittlerweile bin ich bei paar tausend Euro Leute das ist wirklich eine einmalige Chance für euch und ich will euch zeigen wirklich dass ihr richtig richtig geil Geld verdienen könnt wenn ihr 18 natürlich 18 Jahre alt seid Klar Das ist die einzige Voraussetzung aber das heißt nicht dass ihr 18 Jahre alt sein müsst um in Telegram Gruppe zu kommen weil diese Telegram Gruppe bietet euch nicht nur den Vorteil sondern Gewinnspiel Vorteil Merchandise Vorteil Rabatt Code Vorteil Und Informationsvorteil ihr kriegt alles als erstes diejenigen die dort drin sind kriegen als erstes Bescheid vor Instagram vor Snapchat also danach kommt erst die Social Media Plattform danach kommt YouTube Aber natürlich sollte man auf YouTube immer die Glocke benachrichtigen damit ihr hier wenn ihr hier ein Video kommt auf jeden Fall sofort benachrichtigt werdet Ich zeige es euch auf jeden Fall Kommt einfach auf jeden Fall nach dem Video auf mein Video und dann werdet ihr alle Informationen erhalten Ganz einfach Ganz einfach Und jetzt viel Spaß Tut mir den Gefallen wenn ihr euch das Video von ihm ballert und wirklich interessiert daran seid Geld zu verdienen Seht euch das auch intensiv rein also guckt euch das nicht so einfach so an und das war es sondern guckt euch das wirklich an Und danach bildet euch eine Meinung darüber ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Video wir sehen uns auf jeden Fall Und pisch Bak sizdeki keramet hoşuma gitmüyo Ola Biya Oh Sonradan çıkmalarına sahip çıkak yemin olsun vana da Dayak Cennet'ten çıkmaz sizi soba manyağı ederim Yanımda duracaksanız böyle eller burada Yürü Voskit YouTube is samurai cemtv Und dusmin hi haitim Fisch Wir haben jetzt gemeinsam noch ein Video gedreht auf meinem Kanal. Link in der Videobeschreibung. Was geht YouTube? Ich wünsche euch wieder JamTV. Und heute mit meinem Vater. Bist auf jeden Fall Bescheid. Basechat Teil 10. Silvester Special. Frohes Neues, Leute. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Gesundheit und viel Erfolg mit eurer Familie. Vergesst nicht in der Videobeschreibung. Link zur Basechat App. Checkt die auf jeden Fall ab. Und ladet die euch runter. Also jetzt sind wir im Karussell. Jetzt sind wir im Karussell. Ich habe aber Höhenangst. Hallo. Karakızım, Chai mi getusen abzahmet. Hallo. Schäger noch, oğlum? Ja. Ne oluyor, oğlum, Sanna? Oh, ja. Puff. Puff. Ananı avradını. Dostum, acaba diyorum ki andesomu çok müyormuş? Bana bak, bana. Onun bunun çocuğu. Puff. Bu ananı avradını sikiyim. Bundan sonra ağzı bozuk bi amını damını siktimin oğlu bile. Efendim. Orası tut çocuğum. Sen de değil oğlum, sen de değil. Seni dünyaya getiren de kazanan da kapadı oğlum. Senin gibilerini tutucan, amnına sıkıcan. Cıran 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 sıkıcan. Mermiye yazık. Seni itlere, çakallara yem etmek lazım. Piç. Lan hiçbir adam gibi adam yok lan burada. Selam gezi. Aleyküm selam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Gözlerinden özer. Ne var ya? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Özür dilerim kardeşim. Benim oğlum. Aleyküm selam. Oğlum rahattır lan. Adam gibi adam çıktı. Base chat ile bir konuşalım. Sohbet edelim daha. Elyen ayağın dikkat et sonradan çıkmalara. Aleyküm selam. Burada konuşuyorum. Sohbet arıyorum. Ne bileyim. Bizim oğlan işte base chat, base chat videoları yapıyor. Aleyküm selam. Oğlum bak. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Efendim. Ne haber dostum? Nasıl? İyisin? Vay Allah'ına kurban. Tanışıyoruz mu ya? Vallahi billahi. Burda soğukta donduk. Rakı içiyoruz. Amanakoyim. Bir kalem adı. Bak benim yerime de bir kader rakı içeceksin ha. Söz mü? Amanakoyim. İçerim ben. İçiyor. Yeter ki. İçiyorsun. Yeter ki. Senin de aşağın gezdirengisin. Adamsın lan. Memleket neresi? Ben sana enişteyim. Bana enişte diyebilirsin. Hep piş çıkıyoruz. Bu çocuğun çıkıyor burada ya. Ben de bir tanesini demin paketledim zaten. Onun bunun çocuğu. Karşıma çıksa da bir küretse ya. Çıktığı yere sokacağım herifi ya. Yok amanakoyim. 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 Ben de bir tanesini demin paketledim zaten. Bay anasını. Haydi hayli yolculuklar. Bu güzel çıktı bak. Yalçın baba. Ananın amını. Vururum bak kafayı bak. Deminden beri kendimi sıkıyorum bak. Cıvıtma yok. Alo. Lan giydiricem sana en sonunda ha. Veysta. Yaa. Kamanzan. Ya Veysta. Ya Veysta. Oli. Erşvenseler çık. Was? Erşvenseler çık. Hastı langweile? Klopf mal mit nem kopf gegen ne wand. Ja. Dann wird bißçim klarer. Wir sinne birne du panzen du. Kennst du dat wort respekt? Hast du mal so wat in deinem Leben mal gehört? Ja. Deine Mutter kriegt auch immer respekt. Puff. Anana. Oh ne sıkı. Geber. Bir yara sevdim. El aldı. Evet. Ha helal. Yaş kaç? 27. Vay vay vay. Beni kaç yaşında tahmin ediyon? Valla sen. 33 geliyor falan. Allah'ına kurban şimdi manayımda olsa seni var en kral restorana götürürüm. Yaş 48-50 ye dayandık. Yakında plaka numarasını alırok 52 de olurok inşallah. İyi aziz dostum var mı bir isteyen arzu? Canlının sağlığı abi kendine iyi bak. Görüşürüz. Sen de kendine iyi bak. Allah'a emanetsin. Bana bak. Cem Tv'ye girdiğin zaman Yalçın Baba'yı canlı görürsün onlarda. Cem Tv mi? Cem Tv benim için. Hadi görüşürüz abi. Öpüyorum sen. Allah'a emanetsin. Allah işlerini rast getirsin. Hadi sağ ol abi. Hadi eyvallah iyi akşamlar. Ha şöyle be adam gibi adamlar çıksın karşıma ya. Geriliyorum ya. Patlayacağım ya. Yapıştırırım valla. Bunu görüyor musun? Özüven döndürürüm seni. Zaten özümüzden çıkma belli. Gizli yapma. Bir şey yapmıyorum. Elini dikkat et sen. Ne demek eline dikkat et? Eline dikkat et. Rahat dur bak. Şöyle apşit neyim? Onç üstü halim. Okey. Yoksa var ya. Tır çatmışa benzersiz. Tamam tamam. Aslında. Vurayım mı lan? Gel benden vurayım gel. Neyi vuruyor? Gel gel. Güzel. Çatalı görüyor musun? Çatalı sokarım bir tarafa bunu. Ich mach Abschied für euch. Vielen Dank fürs Beste zu gucken. Vergesse nicht den Kanal zu abonnieren. Und einen Raum nach oben zu abonnieren. Sag, dass wir noch ein Video gedreht haben. Ja, wir haben so einige Videos gedreht. Kanal abonnieren. Jeden Streit aus dem Weg gehen. Passt in der Schule gut auf. Und einen Daumen nach oben geben. Und den hier nach oben. Yalcim Baba.